Musik Ja, heute nochmal große Veranstaltung der SPD aus Grevenbroich hier im Bend am Tiergehege in Grevenbroich. Super Stimmung, viele Familien mit ihren Kindern sind hier, viele Gespräche werden geführt. Ich erfahre viel Zustimmung auch zu meinen Themen. Ich glaube, wir können mit einem guten Gefühl die nächste Woche noch angehen. Eine Woche strammen Wahlkampf, dann haben wir den Wahlsonntag, dann werden sie jetzt wuppen und dann werden wir weiter in Nordrhein-Westfalen regieren und ich werde diesen Wahlkreis weiter in Düsseldorf gut vertreten.